Die Erde. Wir schreiben das Jahr 2077. Ein fehlgeschlagenes Kernfusionsexperiment löst eine tödliche Energiewelle aus und zerstört die gesamte Planetenoberfläche. Ein Jahr später wird der verseuchte Planet von der Föderation zur verbotenen Zone erklärt und darf von nun an nicht mehr betreten werden. Automatische Abwehr- und Verteidigungseinheiten sollen sicherstellen, dass das auch so bleibt. Raubritter, Piraten und Abenteurer aus allen Teilen der Galaxis wittern in den Ruinen fette Beute und machen sich auf die Suche nach wertvollen Überresten einer ehemals hochmodernen Zivilisation. Das ist die Welt von Forsaken. Hm. Hm. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018